Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Ja, ähm, Entschuldigung, aber wir nehmen hier gerade zu zweit auf und ich hab hier jetzt ein Texture Pack. Ja, Texture Pack. Und zwar, ähm, John Smith. Ähm, und falls ihr euch jetzt wundert, wieso schaut das alles hier jetzt halt anders aus, wie in der letzten Folge, ist, ähm, ich hab mir irgendwie mein Minecraft zerstört. Minecraft zerstört. Klasse. Weil ich hab irgendwas Wichtiges gelöscht und dann ging's nicht mehr. So ging's mir auch, deswegen fangen wir hier in der zweiten Staffel auch nochmal neu an. Was? Ja, ich geh da auch. Warum haben die denn jetzt das Texture nicht verändert? Oh nein! Ja, ähm, es ist halt jetzt auch einiges verändert. Ja, das ist der normale Skin. Ja, das, hier sind halt die Spitzhacken und so. Ich geh da auch noch Monster aus. Ich ahne nur die Stärkung, nein. Ja, Gott sei Dank. Warte, ich muss echt mal. Okay, ich muss runter und meinen Namen ändern. Ich dachte wieder. Ich dachte wieder. Oh, Marco. Aha, und ich entschuldige für mich. Ich entschuldige mich für meine Huste. Ja, ich kann das gerade nicht zurückhalten. Nämlich zurückhalten. Ich bin nur Jibby. Nee, nicht Jibby. Und Mann, ich mach keine Werbung, weil ich sag nicht den Namen. Von der Serie. Also mach ich keine Werbung. Solange du nicht von denen ermahnt wirst. Kann ich ja gar nicht, weil ich nicht zu sehr, wie du sagst. Sag mir nur Namen. Und ich jetzt oft. Jaja, Jibby. Heißt Jibby. Nicht Jibby. Ich hab ja gar nicht nachgeschaut, was ihr gewählt habt. Für ne Hütte. Ich würde sagen, das schreibt ihr auch einfach mal unter die Folge, wenn ich nicht schon damit anfange. Ich hab ja in die Kommentare Hafen geschrieben. Hat da schon jemand anderes was geschrieben? Nee. Nur echt. Hafen. Ja. Ja, okay. Ich mach schon am Hafen. Ich sollte Hafengebäude nicht sein. Sonst hätte ich das gewagt. Also ich mach als erstes das Hafenhaus dann. Sonst bringt der Junge mich noch rum. Ja, dann wirst du morgen nicht mehr der Welt sein. Obwohl ich ja gar nicht mehr so weiter zu finden war. Wie gefällt denn eigentlich euch das Text, Schaffer? Sag das doch. Mir gefällt es nicht so. Ich hab's auch schon. Ich mag das Enkel. Äh, ich mag das Enkel. Ich find das Enkel. Ich hab's für zwei Folgen. Und auch wegen dem Back. Kannst du dich noch erinnern an das Feuer? An die Lava? Mhm. Feuer, was ist der Lava? Ach ja, das ist ja noch gar nicht so lang her. Ehe? Was war heute? Ich weiß. Ja, diese Folge, die kommt bestimmt erst. Vielleicht sollten wir ein bisschen lauter reden, weil das letzte Mal waren wir an meiner Aufnahme total leise. Entschuldigung, dass ihr jetzt das Lautstärke dringend seht. Ich liebe den Sonnenaufkamp. Es war eins zu viel. Es war eins zu viel. Es war eins zu viel. Es war gut. Erzähl das dem Richter. Mit dem Richter. Dem Schafsrichter. Keine Ahnung. Frage mich nicht, warum ich das gesagt hab. Schafsrichter. Hast du die noch alle? Ähm, und ich hab oben jetzt, hab ich auch Türen hingebaut. Türen? Ja, bei der Mine. Die, wo bei mir zuhören, die können gar nicht, die wissen's nicht. Ja, schaut euch einfach das auf meinem Channel an. Das müsste die vierte Folge sein. Sponier, Ketschalki. Let's play Minecraft Pocket Edition. Äh, in dem Ordner, äh, in der Playlist von Single... Da steht dahinter Singleplayer. Singleplayer. Oder einfach unter Videos. Mhm. Da ist es, weiter oben. Das wär auch schlau. Scheiß Husten. Scheiß Husten, Justen. Scheiß Husten. Scheiß Husten, Justen. 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 Ja, Justen, wir haben ein Problem. Husten, wir. Justen. Husten, wir haben ein Problem. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, schlechter Wartwitz. Wie wird's denn, umsehen? Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Oh Gott, die sieht ganz immer so aus wie ein Spielzeug, hier. Die sieht einfach so aus wie ein... Schatz. Entschuldigung? Schöne Spielzeug, ey. Ja, meine schauen auch nicht wirklich aus wie Spitzhacken. Weißt du überhaupt, wie lange wir aufnehmen? Nö. Ja, das war ein bisschen blöd. Ja, dann wird das wahrscheinlich wieder eine etwas kürzere Folge. Nö. Nö. Kras. Ich hatte Lust zu nö zu machen. Okay. Nö. Ähm. Ähm. Ja. Äh, das wird dann wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Bei dir. Ja. Weil ich nicht weiß, wie lange wir dann aufnehmen. Äh, wir haben keine Stoppuhr gestellt. Eigentlich mach ich ja immer zwei Stunden, äh, zwei Folgen am Stück. Zwei Stunden, okay. Nein, halt eine halbe Stunde und zwei Folgen. Am Stück. Ja. Ja. Du bist ein Skandal. Am Lagerfeld Skandal. Skandal um Rosi. Was? Kannst du bitte damit aufhören? Dank. Wie ist es, wie ich mich darauf gekommen bin? Ich würde es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich auch nicht. Ich glaube, ich sollte mal hochmarschieren und euch das zeigen, was ich gebaut habe. Also hier jetzt so. Die Gänge sind jetzt hier drei breit. Die auf meinem Kanal wissen immer noch nichts von, wenn eine sind da. Äh, hier habe ich auch noch so einen Weg runter gebaut. Du. Ja, die sollen sich halt dann bei mir das anschauen. Ja, aber darf ich auch mal zu Bord kommen? Ja, darfst du. Also hier ist halt wieder zwei. Und da ist halt der Eingang. Und so schaut das Ganze von außen aus. Zwei Gang. Das habe ich in der Kiste. Ah, das ist der Crafting Table. Und das ist... Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar... Nö, das wollte ich euch nicht sagen. Ich wollte euch nicht sagen, was das... Äh, beim Finale jetzt der Craftingstadt bekommt. Was wollte ich euch nicht sagen. Ja, ähm, ich schaue hier erst mal das Eisen rein. Eisen rein? Eisen rein? Und ich fange einfach mal mit dem Haus an, würde ich sagen. Auf dem Hafen. Gebäude. Wie du es in dem Video gesagt hast. Ja, ja. Ähm, ein paar Äxte. Äxte. Also, wir brauchen nicht. Okay, unbedingt brauchen wir auch... Oh, schaut ja alles entgeil aus. Hm, scheiße. Okay, eigentlich fände ich mich entgeil. Oh, man sieht unser Haus. Oh, cool. Das Leder schaut dann so scheiße aus. Ach, ich sollte mir vielleicht noch mal Dingens machen. Schaufel. Also, kannst du was abschaufeln? Nö, das war nicht lustig. Ich weiß. Ich habe nur was zu sagen. Ähm... Kiste. Vielleicht finde ich das zum Schauer lustig. Die Kiste hat eine falsche Textur. Interessant. Meine auch. Meine hat doch die nicht aus. Ja, meine auch. Das ist irgendwie fast bei jedem Picture-Pack, wo ich das... Das ist jetzt bei jedem Picture-Pack, das ist, wo ich installiert habe, ist die Kiste Default. 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 Überall. Auch in Default. Wenn man keine Textur hat. Nur die Default. Das ist doch erstaunend. Ja. Ja. Äh. Was sollen wir uns denn von den sieben Eisen machen? Ich glaube, ich warte erst mal, bis ich einen Panzer machen kann. Nee, ich warte erst mal, bis ich einen Brustpanzer machen kann. Na, Hode. Ist ja ekelhaft. Hode. Von was träumst du nachts? Du hast gerade Hode gesagt. Nein, Hode. Oder habe ich mich etwas versprochen? Jupp. Aber ich meine Hose. Ja. Und ich werde auch versuchen, hier diese Welt möglichst mittelalterlich zu halten. Ihhh. Mittelalter. Ich hasse mittelalterlich. Ja, ich weiß. Ich mag nur deren. Ah, ich will nicht mehr. Du machst also mittelalterlich. Jupp. Wuuu. Ich will das vor, dass du mal ein Haus hast. Nein, ich meine bloß an Minecraft. Ich will das vor, dass ich noch in diese eine Welt gehen mag, die ich da noch hatte. Also, da würde ich noch nicht sagen. Gedingt. Nicht nur gingen. Ja. Ich muss mir sicher wieder angewunden. So, angewunden. Ich habe so viele Welten wie jüngere Welten. Welten. Wie jüngere Welten. Ich bin so ärgerlich. Ich merke so. Ich bin so sehr. Oh nein, ich habe nicht mehr Fick gedacht. Oder einen mehr Fick habe ich auch nicht gedacht. Ja, das habe ich auch gar nicht verstanden. Ja, so. Ich habe mir gedacht, was ich schon was. Oh nein, wir brauchen. Okay, unbedingt Stein brauchen wir auch nicht. Was soll ich denn sagen, was wir unbedingt brauchen? Mhh. 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 Sollte ich hier mal Erde hinpflanzen? Erde hinpflanzen? Ja. Ja. Oder hinplatschen oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Hingplatschen. Weil hinpflanzen Erde. Man pflanzt, äh, pflanzen. Ja, egal, egal, egal. Ja, da klatscht man hin. Mhh. Oder schmeißt sie auf den Boden. Oha. Da ist ein Schwert. Manu, ich habe Schwert gefunden. Was? Ich weiß nicht, was das für ein Rohstoff sein soll. Lol. Oder ein Rohstoff. Ich schau mal. Das ist Eisen. Mhh. Welches Sexstopperk hast du noch mal? Weiß nicht. Ich muss noch mal nachschauen. Irgendwas mit Geld. Ach so, ja. Hatte die Honey auch mal? Naja, ich würde sagen, für meinen Teil beende ich mal diese Folge. Und dann. Bis zum nächsten Mal. oder П